Da kommt grad ein Dosto. Du musst ja grad Marco spotting. Wie? Versuchst du Marco zu spotten? Nein. Jesus. Wo? Der hat ja davon den Snackladen. Ja. Das ist Jesus? Ach. Von denjenigen, denen er die Zorgen hat. Das werden wohl dir aufhalten, das ist ein Preis. Was denn? Das ist ein Preis, du drehst. Ja, jetzt gleich. Das hat bestimmt der Mann extra nur für mich gemacht. Ja. 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 Ja.